Im Moment sitzen wir hier im Grünen. Mal schauen, ob es da, wo wir im Oktober sind, auch grün ist. Vorletztes Jahr zu Ostern war es sehr grün und wir werden wieder in der Sahara sein. Einfach auch ein Raum des Zu-uns-Kommens, diese Räume der Stille, wo wir unserer Seele begegnen, unserem höheren Sein spielerisch begegnen. Wo wir gar nicht umhinkönnen, uns in dieses Sein mit uns, mit der Stille zu entspannen. Darauf freue ich mich und ich lade ein und einfach schauen, wer steht in seinem Leben an der Schwelle. Und merkt, es ist Zeit, darüber zu gehen. Wo ist das alte Leben erfüllt und wo geht es darum, auf einer neuen Ebene weiterzuleben. Und da kann es ein wunderbarer Übergangsraum sein. Uns zu begegnen, der Stille begegnen, dem Höheren begegnen und dem begegnen, wozu wir wirklich hier auf Erden da sind und es zu leben. Willkommen!